Hi, ich bin Patrick von Fundoino, das ist der Fundoino Cube und mit ihm kannst du innerhalb von einem Tag programmieren lernen. Komm, ich zeige dir, wie es geht. Nachdem wir im letzten Video die dritte Lektion durchgearbeitet und einen Bewegungsmelder programmiert haben, gehen wir nun weiter zur nächsten und vierten Lektion und die beschäftigt sich mit dem Lautsprecher auf dem Cube. Die Aufgabe lautet wie folgt, erzeuge einen Ton mit dem Lautsprecher, zudem soll die rote LED leuchten. Nach einer Sekunde soll der Speaker wieder ausgehen, der bleibt eine Sekunde aus und in der Zeit soll die rote LED nicht leuchten. Wie auch zuvor besuchen wir unsere Roboter-Konfiguration. Zuerst wollen wir den Lautsprecher hinzufügen. Diesen finden wir im Menü Aktion und der heißt dort SUMA HYT120. Das ist die genaue Typenbezeichnung des Lautsprechers. Diesen Baustein ziehen wir in die Konfiguration und benennen diesen mit Lautsprecher. Der Pin des Lautsprechers ist, wie auf dem Cube zu sehen, D7. Nun kannst du die LED in die Konfiguration hinzufügen. Die findest du mittlerweile ganz selbst. Aber erstmal eine kleine Erklärung, bevor wir weitermachen. Warum ist es eigentlich D7? Wenn du über deinen Cube schaust, dann siehst du auch Pins, an denen zum Beispiel A7 steht. Das D steht für digital. Es bedeutet also, dass der Baustein mit einem digitalen Signal arbeitet. Also ein Signal, bei dem es zwei Zustände gibt. Ein und Aus. Oder auch Eins und Null. In dem Fall Geräusch oder kein Geräusch. Es bedeutet, dass entweder eine feste Spannung fließt oder gar keine Spannung fließt. Das A in diesem Fall steht für analog. Also Bausteine, die mit einem analogen Signal arbeiten. Dort fließt eine variable Spannung. Wie bei einem Drehrad an einer Musikanlage oder an einem Toaster. Je weiter man dreht, desto höher wird die Spannung. Und dementsprechend lauter wird die Musik oder halt brauner wird der Toast. Nachdem wir nun den Unterschied zwischen analogen und digitalen Signalen kennen, gehen wir nun in den Programmablauf. Dann also oben links in den Programmablauf und lass uns mal den Baustein für den Lautsprecher auswählen und in unser Programm ziehen. Es ist dieser Block mit dem Spiele-Lautsprecher. Hier kann man nun zwei Angaben ändern. Zu einem die Frequenz und die Dauer des Tons. Mit der Frequenz ändert man die Tonhöhe. Je höher die Zahl, desto höher der Ton. Das HZ steht für die Einheit Hertz. Diese steht für die Anzahl der Schwingungen, welche eine Schallwelle in einer Sekunde macht. Geben wir mal 300 ein. Im zweiten blauen Feld geben wir die Zeit an. Auch hier ist es wieder eine Angabe in Millisekunden. Also geben wir 1000 ein. Als nächstes wird die rote LED hinzugefügt, damit diese leuchtet, wenn der Lautsprecher ertönt. Sie soll dementsprechend nicht leuchten, wenn es keinen Ton gibt. Also ziehen wir jeweils einen Block davor und danach hinein. Einmal an und einmal aus. Das war doch gar nicht so schwer. Lade das Programm mal hoch und schaue, was passiert. Hm, was soll das denn? Das piept ja die ganze Zeit. Weißt du, was man da machen kann? Du hast gelernt, dass die Schleife des Programms immer wieder durchläuft. Und uns fehlt am Ende ein wichtiger Baustein. Und zwar Warte MS. Damit das Programm auch eine einsekündige Pause ausführen kann. Deswegen geben wir 1000 in das blaue Feld ein. Das klingt doch schon viel besser. Weißt du, was auch schön wäre? Eine schöne kleine Melodie. Machen wir das doch mal als kleine Extraaufgabe. Kopiere dir ein paar Mal den Block und reihe diese hintereinander auf. Ändere die Frequenz und die Dauer, um eine Melodie zu erzeugen. Wie viele verschiedene Töne oder welche Frequenz du nehmen möchtest, das überlasse ich jetzt mal ganz dir. Probier dich einfach mal aus. Wer weiß, vielleicht steckt ja in dir ein neuer Mozart. Das soll es dann auch gewesen sein für heute. Viel Spaß beim Komponieren. Und wir hören uns im nächsten Video, dann mit der fünften Lektion, dem Ultraschallsensor. Hat dir das Video gefallen? Dann abonniere doch diesen Kanal und drücke die Glocke, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Wir freuen uns auch immer über Fragen, Kommentare und konstruktive Kritik, damit wir unseren Channel stetig verbessern können. Bis dahin, auf Wiedersehen.